Moin moin du kleiner Racker und herzlich Willkommen zu diesem Kampf der PPL. Ja ja ja, wir kämpfen heute gegen Buffdi wie wir sehen und ja, ich habe da ein bisschen was vorausgesehen, gecrawlt möchte ich sagen. Vulcanion, Megaschlackohr, Rabigator, er hat tatsächlich Sandama dabei. Oh 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 oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er hat Rabigator und Sandama, beides können unsere Strategie zunichte machen, dass wir den Set Stromstoß outdingsen können. Aber das sieht erstmal ganz in Ordnung aus. Womit wird er leaden ist die Frage. Rabigator und Sandama können beide die Tarnsteine legen, Empolian theoretisch auch. Sandama kann den Torbotrea auf jeden Fall auch. Womit werden wir leaden? Das ist jetzt die Frage. Wir könnten mit Elbato leaden, können dann aber nicht viel gegen zum Beispiel Sandama machen. Wir könnten mit Pixie leaden. Wir könnten mit Pixie leaden. Wollen wir mit Pixie leaden? Es könnte natürlich Megaschlackohr aufkommen zuerst, um den Mogelheb zu droppen. Aber das wäre nicht so schlimm. Wir leaden mit Pixie. Ich schreibe mir dann noch schnell die Pokémon auf, die er so hat. Wir haben da zum Beispiel Sandama. So, Rabigator. Schlappohr. Geht gleich los, Leute. Schlappohr, Empolion. So. Äh, Toro. Und Vulcanion. Okay. Okay, okay, okay. Dann sind wir mal sehr gespannt auf diesen Kampf. Ich bin es. Es kann ja eigentlich nur besser werden als der letzte Kampf. Und das macht mir ein bisschen Hoffnung. Es kann ja nur besser werden. Selbst wenn wir 5-0 verlieren, kann es ja nur besser sein als der letzte Kampf. Nun ja, Bufdi fordert mich zu einem Kampf heraus. Und er leadet mit Pompeii. Das ist Vulcanion direkt. Fette Fee ist dann jetzt nicht so günstig. Nicht so günstig. Er leadet direkt mit Vulcanion. Wir könnten drinbleiben. Und könnten halt den Donnerblitz drücken. Ist halt die Frage. Er kann halt jederzeit rausgehen. Er kann auch die Schlammwoge haben. Die sollte uns aber nicht... Die sollte uns nicht besiegen. Die Schlammwoge. Die sollte uns nicht besiegen. Aber macht der Donnerblitz großartigen Sinn? Ich befürchte eben nicht. Wenn er jetzt die Schlammwoge droppt, dann könnten wir theoretisch auch auf Stalus rausgehen. Um die komplett abzuwehren. Aber dann könnte wieder der Dampfschwall kommen. Und dann sind wir Ripp. Ich gehe diesmal nicht hart auf Stalus raus. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich gehe auf den Donnerblitz und gucke, was er macht. Der Dampfschwall kommt. Und er geht daneben. Uh, was? Der kann missen? Und die Para. Übel gut. Übel gut. Sehr nice. Also, Entschuldigung, Bufti. Aber es tut mir sehr leid. Die Para ist natürlich bitter für dich. Aber mir kommt die so gelegen gerade. Er könnte jetzt rausgehen. Aber ich gehe nochmal auf Save auf den Donnerblitz. Er könnte jetzt, wie gesagt, auf, naja, seine Dame, Rabigator rausgehen. Das wäre schon möglich. Ist halt die große Frage. Wird er das tun? Oder bleibt er einfach drin? Wirft er vielleicht sogar Vulkanion ab? Ich habe super Angst vor Vulkanion. Es ist halt super strong. Dampfschwall ist eine super strong Attacke. Ich wusste nicht mal, dass die missen kann. Mit welcher Wahrscheinlichkeit misst die? Ich schaue mal eben schnell nach. Dampfschwall. Da haben wir es doch schon. Ich dachte, die wäre 100er Genauigkeit. 95er Genauigkeit. Und sie misst einfach. Das ist ja crazy. Und er geht auf... Was? Das konnte ich nicht lesen. Du und da weh. Ja. Das habe ich mir beinahe gedacht. Was kann so ein Sandarm? Es kann bestimmt Metallklaue. Ein gutes Erdbeben. Könntest droppen, ja. Wir könnten natürlich erstmal auf Happy Hippo raus. Aber warte mal. Es kann halt sein, dass es gar nicht offensiv ist. Wir könnten auch den Magiemantel... Heißt das Magiemantel eigentlich, die Attacke? Magiemantel. Wir könnten auch den Magiemantel und die Tarnsteine zurückfeuern. Möglich wäre das halt schon. Möglich wäre das halt schon. Wollen wir das einfach mal probieren? Ich drücke mal den Magiemantel und gucke, was sein Dame macht. Der hat ja Prio, der Magiemantel. Und was macht sein Dame? Bitte Tarnsteine. Schwerttanz. Oh. Oh. Es ist aber an sich kein Problem. Grundsätzlich denke ich... Der Magiemantel war natürlich jetzt ein bisschen blöd. An der Stelle... Hippo nimmt das Vieh nicht raus, oder? Aber ich kann auch nicht wirklich was dagegen machen. Außer den Wirbelwind. Offensivweste ist es ja jedenfalls schon mal nicht. Deswegen drücke ich mal die Mondgewalt. Oh. Giftheap kann es. Okay. Das ist RIP, glaube ich, für Pixie. Ne, ist nicht. Ist nicht. Ist nicht RIP. Ist nicht RIP. Leben Orb sogar. Schwerttanz Leben Orb. Giftheap reicht nicht gegen ein... Nicht-physisch investiertes Pixie. Das ist interessant. Und der Spezialangriff sinkt. Ja, jetzt ist natürlich die Sache... Wenn wir jetzt rausgehen... Ich glaube nicht, dass er nochmal auf den Giftheap gehen wird. Aber alles macht halt sehr, sehr viel Schaden, glaube ich. Wäre das Erdbeben nicht besser gewesen von ihm? Wäre Stärke... 150 gewesen? Der Giftheap... Ne, er ist schon stärker. Okay. Es könnte halt sein, dass wenn wir jetzt rausgehen, dass er auf den Erdbeben geht. Wir haben nichts Fliegendes dabei. Aber dann könnten wir halt Happy Hippo rein. Happy Hippo tankt das halt deutlich besser. Und hat den Beulenhelm. Wir machen das einfach mal. Wir wechseln raus. Gehen auf Happy Hippo. Und... Hoffen einfach mal, dass der Sandsturm jetzt nicht allzu fies wird für uns. Weil sein Dahmer kann ja auch Sanschara haben, was die Initiative verdoppelt. Es kommt das Erdbeben, ja. Hätte gegen Pigs auch gereicht, denke ich. Wie viel macht das gegen Hippo? Was? Was? Das ist viel Schaden. Und das Erdbeben können wir halt mit nichts abwehren. Und wir brauchen Hippo eigentlich noch. Wir brauchen Hippo eigentlich noch. Oh, das ist ja sick. Oha. Oha. Was jetzt? Wirbelwind hat leider Minus-Prio, keine Plus-Prio. Wir brauchen einen Hippo noch, oder? Ja, aber gegen Schlappohr wäre es halt so gut. Aber wirklich super wichtig ist es, glaube ich, nicht. Wollen wir es abwerfen, Hippo? Wir können halt eh nicht großartig was machen. Ich drücke mal auf den Erdbeben. Erdbeben misst halt auch nicht, ne? Jetzt ist die Frage, wie schnell ist ein Sandame? Wie schnell ist ein Sandame? Maximal. Sandame. Maximal 128. Verdoppelt sind 260. Ja. Das ist ja gar nicht mal so günstig. Also, ich habe ja die Prio mit Frechdachs, die Eis-Prio. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Habe ich noch eine Prio eigentlich? Nein, oder? Ich habe sonst keine Prio weiter. Ne, ne. Okay. Dann, äh, La Frechdachs. Ich weiß nicht, ob Sandame eine Prio hat. Ich glaube, nein. So, wenn wir jetzt auf den Eis-Splitter gehen, könnte er halt easy peasy zum Beispiel auf Empolion raus. Gegen Empolion können wir allgemein nichts machen. Aber wir müssen eigentlich den safeen Eis-Splitter, damit er stirbt, ne? Weil wenn er doch nicht raus wechselt und safe gehen will, oder wenn er das Risiko eingehen will, da muss man so, wenn er das Risiko eingehen will, dann bleibt er halt drin, drückt den Erdbeben und ist schneller als ich. Deswegen ist Eis-Splitter unsere einzige Möglichkeit. Und das weiß er zwar auch, und ich glaube auch, dass er raus wechseln wird auf Empolion oder so. Aber ich glaube, also ich will einfach sicher gehen, dass er jetzt nicht drin bleibt und das riskiert. Ich habe es übrigens auch beachtet. Vielen Dank für den Hinweis in den Kommentaren. Ich habe, oh, er bleibt drin. Na Gott sei Dank haben wir den Eis-Splitter genommen. Gott sei Dank haben wir den Eis-Splitter genommen. Damit ist dann Dame raus. Seht ihr, was ich meine? Lieber auf Nummer sicher gehen an der Stelle. Das hätte auch böse nach hinten losgehen können. Das hätte ganz, ganz böse nach hinten losgehen können. Okay, Suki kommt rein. Suki ist Schlappohr. Schlappohr ist sick. Schlappohr wird den Mogel-Heap drücken eventuell. Wir könnten daher jetzt... Ja, wir können ja nicht mehr auf Happy Hippo raus, ne? Wir können ja nicht mehr auf Happy Hippo raus. Wird er den Mogel-Heap drücken? Wahrscheinlich schon. Wobei es halt eigentlich kein Blay ist, oder? Es ist auf jeden Fall nach der Mega viel schneller als wir und wird uns damit halt safe rausnehmen. Wir können nicht drinne bleiben. Es macht keinen Sinn. Aber der geht nicht auf einen Fat... Ne. Es macht viel, viel mehr Sinn für ihn jetzt zu sagen, dass er auf einen Turm-Kick oder ähnliches geht. Der kann müssen. Aber jetzt ist halt die Frage... Der misst halt nie eigentlich. Das Vieh hat wahrscheinlich die starke Rückkehr. Den Mogel-Heap. Den Turm-Kick. Was spielt man noch auf Schlappohr? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht kann es auch ein Ubleithieb oder sowas. Das noch so mit. Oder irgendein Coverage-Move noch. Ich weiß es nicht. Wir könnten halt auf Schwengel rausgehen, aber das wird halt, wenn er auf den Turm-Kick geht, unfassbaren Schaden machen. Also unfassbaren Schaden. Wir könnten auf die fette Fee. Wir könnten auf die fette Fee. Aber bringt uns das was? Ja, ich... Ja, ich gehe auf die fette Fee raus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, jetzt die fette Fee abzuwerfen an der Stelle. Wenn er jetzt auf einen Turm-Kick geht, dann ist fette Fee wahrscheinlich, auch wenn es nicht so effektiv ist, RIP. Aber danach können wir halt auch nichts weitermachen. Ach, deswegen hat der Gif-Lieb so wenig Schaden gemacht. Ich habe ja Dings. Ich habe ja Dingens. Hier. Ich habe ja Unkenntnis. Ach, God damn. Stimmt. Ach, das ist ja witzig. Hahaha. Ah, das habe ich ja ganz vergessen. Ich hätte mit Pixi halt gar keine Sorgen machen müssen, so. Im ersten Moment. Okay, wir könnten jetzt halt... Ist jetzt halt die Frage, er wird jetzt ziemlich sicher auf eine Rückkehr gehen. Wird er auf eine Rückkehr gehen, oder geht er auf einen Turm-Kick? Weil wenn er auf eine Rückkehr geht, könnten wir halt auch auf Stalos raus. Das macht Stalos keinen Schaden, glaube ich. Mit dem Turm-Kick dann macht es halt enormen Schaden. Das Vieh hat halt echt einen straighten Angriff. Deswegen, glaube ich, bleibe ich lieber drin und gehe dann auf Stami. Oder? Das macht schon... Das macht schon Sinn, oder? Ich gehe auf Wunschtraum. Nur falls... Nochmal Steigerungs-Zieb. Okay, das ist in Ordnung für mich. So. Wir sprechen den Wunschtraum aus. Vielleicht denkt er halt, dass ich jetzt auf ein Dings gehe, auf ein Schutzschild. Und ich drücke auf die... Ja, ich könnte halt auch rausgehen jetzt, ne? Und safe irgendwas reinbringen. Wie zum Beispiel Sternenburger. Wobei, wenn er jetzt halt eben... Wenn er jetzt halt eben... Er erkennt jetzt alle Moves, oder? Er kennt Mondgewalt, Wunschtraum. Er weiß, dass ich nicht auf ein Schutzschild gehen kann und wird mich jetzt rausnehmen wollen. Wenn er aufmerksam war, dann weiß er das. Wir kennen bisher nur den Steigerungs-Tipp und der macht sehr effektiven Schaden auf plus zwei gegen Schwengel. Das wollen wir nicht. Wir könnten es aber outspeeden mit Staminan. Deswegen bleibe ich einfach... riskanterweise drin. Hoffe, dass er irgendeinen Scheiß baut und nicht aufmerksam war. Und ich gehe auf die Mondgewalt. Rückkehr kommt. Okay. Na, da hätten wir auf Stadels gehen können, aber gut. Na gut, dann geht ihr... Dings jetzt ins Leere leider. Wir könnten ihm jetzt präsentieren, dass ich einen Wahlschall habe auf Sternenburg. Eventuell mache ich das auch einfach. Und da würde ich gerne mal was rausfinden nebenbei. Und zwar muss ich da ganz kurz mal nebenbei was machen. Warte. Hier. Hier. Dann... Ganz kurz nur. Wie heißt das Vieh? So, ne? Genau. Machen wir mal so. Hier haben wir... Äh... Das hier. Dann haben wir hier... Moment, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß. Aber das... Äh... Ja. Hm. Das ist halt schwierig jetzt. Das Vieh kann uns halt... Ich weiß halt nicht, ob er drin bleiben wird. Wir haben die Psychokinese. Er kann den Ruckzuckhieb haben. Die Psychokinese kann halt von Ravigator easy abgewährt werden. Das ist halt das Ding. Ich gehe trotzdem auf die Psychokinese, glaube ich. Die Outspeeden ist safe. Ja. Er bleibt drin. Sehr gut. Und die Psychokinese reicht locker flockig. Ja. Damit ist Schlappohr auch raus. Auch ein sehr gefährliches Mon. Ein sehr, sehr gefährliches Mon. Unsere Defensiven sind an der Stelle einfach Ripp. Ne? Also beide Defensive Mons sind tot. Sowohl speziell als auch das physische. Puh. Aber der Kampf läuft doch schon ein Stück weit besser als der letzte. Das ist doch schon mal ganz nett. Okay. Jetzt könnte halt Ravigator kommen, weil er weiß, dass ich gewalt bin und raus muss. Was hat denn Bedroher? Also scheint es eher ein Defensives zu sein? Dann habe ich ja eigentlich mit Schwengel nicht viel zu befürchten, oder? Ein Abschlag nützt halt nix. Er könnte halt... Oh, die Verfolgung, ne? Die Verfolgung wird wehtun. Falls er die drauf hat, dann... GG. Aber reicht die aus? Von einem defensiven Ravigator? Ich muss ja raus. Ich kann nichts anderes als Psychokinese einsetzen. Und das hat keine Wirkung. Also ich muss raus. Es nützt nix. Wenn er die Verfolgung jetzt droppt, macht er nicht. Okay. Dann eventuell den Abschlag. Der tut Schwengel nicht sehr weh. Durchbruch kommt. Okay. Hätten wir auch drin bleiben können eigentlich. Das macht nicht viel Schaden. Wir können jetzt Megan und könnten theoretisch auf die Tarnsteine gehen. Er hat aber seinen Spinner nicht mehr, oder? Es war... Denke ich... Na, sein Dama weiß ich nicht. Er könnte jetzt auf Tohu raus. Ich gehe mal auf die Tarnsteine. Ich gehe einfach mal auf die Tarnsteine. Ich weiß nicht, ob er drin bleiben wird. Ein Erdbeben wird mehr Schaden machen. Aber ein Mega juckt das wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Es kommt Bullshit. Gegen Bullshit habe ich theoretisch den Rambos. Wie schwer ist denn Bullshit? Köpul Toru? Da gucke ich einfach mal. Ganz kurz. Nebenbei. Merkt ja keiner. Es ist nur... Oh, nur... Oh, 46 Kilo nicht mal. Alter. Tarnsteine haben wir. Das Vieh kann einen Kraftkoloss haben. Das Vieh kann... Das weiß ich was haben. Aber wir haben halt schon... ...ne ganz nette physische Dev, denke ich. 250. Ja, und ich kann da eh nichts reinschicken in den Dude. Deswegen... Er könnte halt jetzt tatsächlich... Ich gehe auf den Rambos, glaube ich. Erst kommen die Egelsamen. Das ist also defensives Set. Und der Rambos könnte halt schon guten Schaden machen. Das ist der gute Schaden. Das ist der Schaden, den ich sehen will. Sehr gut. Alter. Überreste, Grasfeld, Egelsamen. Na, das ist ja prall. Das ist mal... Das ist das gute Fett. Könnte... Ah, ne, er hat ja Überreste. Okay. Ich dachte gerade doch kurz an Großwurzel. Das ist ja jetzt mit Egelsamen richtig Kaffee. Aber gut. Ja, er kann halt den Rambos abwehren. Mit Vulkanion kann er es gut. Mit Empolion kann er es gut. Mit Rabigato kann er es so lala. Eventuell geht er jetzt raus auf Vulkanion. Ich könnte halt auf Elbato gehen. Riskanterweise. Vulkanion ist ja gepaarad, ne? Ich glaube, ich gehe mal raus. Ich glaube... Aber wenn er nicht... Ich habe halt nichts gegen Toho auf... auf Bisbark. Aber gegen alles andere hätte ich was. Wir müssen Rabigato irgendwie rauskriegen. Ich gehe... Ich vergucke... Ja, ja, ja. Er ruft zurück. Sehr gut. Und Suigetsu kommt rein. Das ist Empolion. Er wird von Spitzen Steinen getroffen. Elbato kommt rein. Und eventuell denkt er jetzt, ich muss wieder raus, weil Elbato nichts dagegen kann. Ich möchte ganz gern vielleicht ganz kurz ein Schutzschild drücken, um zu gucken, was er macht. Das werde ich auch tun. Ich drücke auf das Schutzschild und gucke, was er macht. Vielleicht die Tarnsteine legen auch. Kann sein. Kann seine spezielle Defensive sein, theoretisch. Mal gucken. Siede Wasser. Kann halt burn, ne? Vulkanion ist schon angedamaged. Vulkanion mache ich mir keine großen Sorgen. Drum, er bleibt ja anscheinend drin. Deswegen gehe ich jetzt auf den Set-Stromstoß. Bin schneller auf jeden Fall auch. Sehr gut. Der Set-Stromstoß kommt. Er reicht gegen den Vulkanion aus und sollte er auch gegen den Empolion ausreichen. Vor allem, da es eher offensiv scheint. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob das klappt. Das wäre Hype, wenn das fehlt, sterben würde er einfach. Das wäre der Todeshype. Das reicht nicht ganz. Okay. Siede Wasser kommt und burnt hoffentlich nicht. Ne. Ich bin schneller. Ich werde jetzt auf den Kraftkoloss gehen. Er könnte natürlich jetzt in Toru rein, das wäre aber riskant. Er könnte auch ein Ravigator, um den Stromstoß again abzuwehren. Er könnte auch... Na, Vulkanion glaube ich nicht. Ich glaube, ich gehe auf einen Kraftkoloss einfach. Ruft es zurück. Okay. Und schickt Bazzi's Babe rein. Das ist Ravigator again. Das ist eine gute Sache. Leider der Bedroher halt. Was blöd ist. Aber der Kraftkoloss dürfte schon wehtun. Ja, der tut weh. Jetzt auf minus zwei. Aber der nächste sollte reichen. Ravigator könnte zwar schneller sein. Ravigator wird schneller sein, oder? Ziemlich sicher. Ja, da könnt ihr jetzt wieder rausgehen und sagen, jo, ich behalte mir Ravigator noch ein bisschen offen, aber macht das Sinn? Ich gehe nochmal auf einen Kraftkoloss, glaube ich. Es kommt ein Erdbeben. Wird das schon ausreichen? Physische Death ist halt gut. Ja, leider ja. Na gut. Okay. Okay, okay, okay. Dann habe ich ja mit Sternburger eigentlich nichts mehr zu befürchten, oder? Und könnte damit... Ja, nee. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ich könnte auf Frechdachs gehen, oder auf Schwengel. Frechdachs sollte es halt locker outspeeden. Vorhin hat er Durchbruch eingesetzt und ist dann raus, ne? Hat das vielleicht sogar einen Wahlschal? Jetzt hat er Erdbeben eingesetzt. Könnte das einen Wahlschal haben? Ich meine, ich outspeede mit Stami halt. Aber das Riskante ist... Ja gut, ich könnte halt schon den Eisstrahl drücken. Das wäre zumindest okay. Das wäre zumindest okay. Ich schicke Stami rein. Stami haben wir auch nochmal den Donnerblitz für Volkanion. Das ist in Ordnung. Ich drücke den Eisstrahl. Das sollte reichen. Gegen das Vieh. Und ich sollte schneller sein als das Vieh. Könnte sein, dass er rausgeht jetzt? Wird er rausgehen? Es ist wahrscheinlich... Ich weiß halt nicht, ob das Vieh einen Wahlschal trägt. Es hat nur einen Move eingesetzt und ist dann raus. Wusste ich nicht, ob es schneller ist oder nicht. Ist ja auch egal. Jetzt hat es... auch wieder nur einen Move eingesetzt. Erdbeben. Und von daher kann ich es nicht wissen. Ich gehe auf Eisstrahl. Er geht raus. Ich wollte schon sagen, er bleibt drin. Und Bullshit kommt in den Kampf. Dash ist okay. Der Eisstrahl wird töten. Das ist safe. Dann wirft der Bulu jetzt ab. Holt nochmal das Grasfeld raus. Das ist okay. Und dann wird jetzt Vulkanion in den Kampf kommen. Schätzungsweise. Und da weiß ich halt gar nicht, was ich gegen machen soll. So recht. Ja, Vulkanion ist dann fast tot. Vulkanion könnte halt... Wird das einen Wahlschall tragen? Ich glaube bald nicht, oder? Ja, Frechdachs könnte ich noch brauchen. Ja, Frechdachs könnte ich noch brauchen. Das würde ich jetzt ungern reinholen. Dann müsste ich jetzt Schwengel reinholen. Das macht mehr Sinn, glaube ich. Wenn ich Schwengel jetzt reinhole... Ja, machen wir. Ich hole Schwengel rein. Da würde ich jetzt einen Dampfschwall fressen und sterben daran. Sehr wahrscheinlich. Ich habe es so investiert, dass es einen überleben kann. Bei fullem KP, aber nicht bei... Also nicht so. Rabigato lebt aber nach wie vor, was scheiße ist. Wir müssen jetzt Vulkanion rauskriegen irgendwie. Und das wird gar nicht so einfach werden. Ich weiß auch immer noch nicht, was es trägt. Aber es ist paralysiert. Es wird nicht mehr schneller sein als... Ich glaube, das konnte Max irgendwie... Wie war das? Was konnte es Maxi mal haben? Tut mir leid fürs Nachschauen ständig, aber das ist wichtig. Maximal 134. Ich habe eine Initiative von 160. Seine ist halbiert. 140, 70 plus Wahlschall ist es nicht mehr schneller als Snebuna. Dann kann ich mit Snebuna halt auf den Next Track gehen oder so. Das sollte... Ah, ob das ausreicht? Ah, ob das ausreicht? Ich kann halt nicht safe auf den Donnerblitz gehen mit Starmy. Das ist scheiße. Aber ich kann halt den Next Track drücken. Und der tut weh. Ist halt mit Lebenorb. Voll im Angriff. Der tut schon weh. Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach so. Der Next Track tut weh. Dann, äh... Next Track. Hoffen reicht. Also, ich... Hoffen reicht! Ich hoffe, es reicht. Ah... Er hat halt noch drei. Ich nur noch zwei Monds. Ich aber zwei sehr, sehr schnelle, die theoretisch gegen alles von ihm was machen können. Aber eben nur theoretisch. Nur theoretisch. Vulkanen ist halt eine harte Kiste. So, Sui Getzo kommt rein. Das ist Empolion. Okay. Er bekommt Tarnsteinschaden. Er bekommt den Next Track. Der neutral ist. Er wird reichen. So, okay. Wir bekommen wieder die Lebenorbkappe dazu. Das ist also fast. Aber das finde ich gut. Und Vulkanen, wenn das jetzt nochmal reinkommt, ist das doch fast tot. Oder? Dann reicht ja alles aus dagegen. Meine... Meine Kappe vom Stift ist runtergefallen. Das ist sad. Das ist sad. Mazzis Babe kommt in den Kampf. Das können wir mit einem Eissplitter... Na wohl. Na wohl. Wir wissen immer noch nicht, ob es einen Walschall trägt oder nicht. Ein Eissplitter reicht, oder? Ein Eissplitter reicht. Komm schon, Eissplitter reicht. Auch nach dem Bedroher. Oh, ja was? Er ruft zurück. Warum? Weil er ist Nibunas Bedroh... Ah, er will Sibuna downwigglen möglichst. Ja. Also Bedroher mäßig. Oh. Also... Falls er jetzt nochmal rausgeht, um den Bedroher nochmal rauszukriegen... Na ja, er kann nicht mehr so oft raus. Ich gehe auf den Next Strike, der wird ja wohl ausreichen. Ja. Jetzt kommt er wieder rein. Droppt nochmal den Bedroher. Droppt nochmal den Bedroher. Und jetzt ist halt das Ding... Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es noch ausreicht. Er bekommt zwar nochmal Tarnsteinschaden. Er ist auch im roten Bereich. Aber ob das ausreicht, weiß ich nicht. Es hat aber immer noch Leben obboostet, ne? Also... Es könnte schon ausreichen. Ich versuche es. Und dann habe ich ja immer noch Starmie zur Not. Ja. Reicht. Perfekt. GG. GG. Kleiner Bufdi. GG. Kleiner Bufdi. GG. Das war doch ein schönes Game. Also es war schon deutlich besser als der letzte Kampf. Muss man ja sagen. Es war immer noch kein perfektes Spiel von mir. Aber es war schon deutlich besser. Zum Beispiel, dass ich dann mich nicht getraut habe, mit Pixi auf Stalos rauszugehen, als Schlappos sich gewusstet hatte. Das hätte ich machen sollen. Dann hätte ich den Wunschtraum auf Stalos bekommen. Stalos war wieder so gut wie voll gewesen. Und ja, ist halt riskant immer. Ist halt immer riskant. Aber ich denke, es war in Ordnung. Gut. Drücke ich hier mal lieber schnell auf Ja, bevor es noch irgendwie schief geht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und falls euch der Kampf gefallen hat, dann lasst unbedingt mal ein Like da. Und schaut auch bei Bufdi rum. Der lädt seine Kämpfe auch hoch, soweit ich weiß. Deswegen schaut gerne mal bei ihm vorbei. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Alter. Und ciao.